Die grundlegende Erklärung ist dafür, dass man als Führungskraft, wenn man es versucht vielleicht zu übersetzen einfach auf Deutsch, dann wäre das ja einfach so ein Führungskapital, das man hat oder Führungskräftekapital, wie auch immer man das dann sagen möchte, das hat man in seiner Position als Führungskraft. Und das ist einfach ein Kapital, das einen bestimmten Wert hat, sagen wir jetzt mal. Und man kann sich dieses Kapital quasi aufbauen mit bestimmten, ich sage jetzt mal, guten Handlungen und Aktivitäten, aber natürlich kann man das genauso gut auch quasi verlieren und abbauen. Und das Beispiel, was er gebracht hat, worüber wir uns gestern ja auch quasi unterhalten haben, was ja so ein absolut treffendes Beispiel für dieses ganze Führungskapital ist, ist diese Sache vom Verantwortung übernehmen, nachdem Fehler passiert sind bei Führungskräften oder in Teams oder wie auch immer. Wo das konkrete Beispiel mit dem Kontext Führungskapital ist, dass wenn man als Führungskraft eine Entscheidung trifft und sie stellt sich als falsch raus oder es unterläuft einem Fehler, dann kann man dadurch quasi sein Kapital aufbauen oder zumindest solide quasi gestalten, wenn man dem Team im Nachhinein zugeht. Übrigens, das war quasi mein Fehler, schlechte Entscheidung von mir, ich habe die und die Dinge schlecht evaluieren können, ja quasi Entschuldigung für die schlechte Entscheidung bzw. was daraus gekommen ist. Weil das führt natürlich zu so einem schönen, also auf der Beziehungsebene und auf der Vertrauensebene zum Team führt das dann einfach zu höherem Führungskapital, weil einfach die Teammitglieder und alle wissen, okay, der Person kann ich vertrauen, weil sie auch ihre Fehler eingesteht und damit zeigt, dass sie darüber reflektiert hat und noch besser werden kann. Und das Gegenbeispiel war eben dazu genau das, dass wenn man das nicht machen würde, ist quasi dieser Vertrauensbruch da, wenn man einfach nie zugibt, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, ist das im Führungsbusiness sozusagen, ist das etwas, wo man sich das Führungskapital so sehr zerstören kann, dass man das möglicherweise gar nicht wieder schafft aufzubauen, weil einfach dieser Vertrauensbruch, dadurch, dass man nicht etwas zugibt, was schiefgelaufen ist, dass das dann ganz viel zerstören kann. Vielen Dank.